ja hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge chivalry mit dem herrn silo noch mal hallo der gerade sein spiel startet und deswegen lacht mein sound so jetzt bin ich drin ok dann ich lass mein schwert sprechen so welche welches team wir müssen blau gehen bla 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 ins gegnerische team um dir den kopf weg zu hauen ich will mich rächen das war ein kopf weggeflogen er hat jetzt lebt komme ich nicht auf den server oder was ich bin schon drin ja bei mir hängt die ganze zeit bei mir ist niemand da irgendwie oder sind die leute drin ja doch hallo habe ich geschickt verbindung zum host wurde unterbrochen warte mal kann ich dich nicht noch einladen na nee ich kann ja nicht nachschauen so jetzt geht's dann geht er hat geschrieben welchem team bist du ähm team blau okay dann geht die vermuten aber nur ein bisschen schwarze darum bist du vielleicht ein bisschen entspannter für deine zuschauer so ey was soll ich spielen ich ich spiele mal da ist so ein richtig cooler lift der geht hoch und runter da kannst du drauf springen und dann kommen wir da mal hoch also mal richtig geil ich komme jetzt hoch ne ich komme jetzt hoch ne ich bin noch gar nicht im join ich bin jetzt ich bin jetzt ne klasse ausgewählt aber irgendwie ich kann mich nicht als kann ich sorry sagen Achso. Äh... Ich äh... darf nicht... ...joine. Ist das ein Bug? Hallo? Was denn? Ich war gerade schon in einem epischen Kampf. Ja, ich joine eben nicht. Das ist das Problem. Ich kann zwar... äh, die Seite... Ich kann... So. So, geht da. Dann da drauf. So, hier. Ja, Schein aus. Nein. Okay. Ähm, du bist aber bei mir oben. Also, du bist bei mir auf dem Server drin. Jaja, aber ich joine. Äh, ich spawne einfach nicht. Jetzt bin ich da. Ja, das war... ähm, du spawns dich, weil du nur ein Leben hast. Du hast nur ein Leben. Du hast ein Leben? Ja, und wenn du tot... Deswegen ist das gut, dass wir wenig Leute auf dem Server sind. Wo sind denn meine Homies hin? Keine Ahnung, wir sind hier auch nur zu zweit irgendwie. Ich geh da hinten vor. Ich werd jetzt nicht durch das Haupttor gehen. Also solltest du lieber irgendwo auf der... auf der Mauer schauen, ne? Da sind meine zwei Freunde. Warte, warum kloppt ihr euch denn beide? Bleib irgendwo an der Wand. Scheiße! Scheiße! Ah, da oben ist einer. Äh, ich muss zu meinen... Oh, da kommt einer. Na, ich hab dich schon gesehen, da. Nein! Oh! Ich werd hier gedouble-fapped. Au! Ja, und der hackt sich schonmal. Nein! Oh, ich bin tot. Das war jetzt mal richtig unfair. Jetzt guck ich mal, wo du bist. Wo bist denn du grad? Versuch rein zu killen, aber... Ah, da! Ich seh dich! Der Kerl ist übelst gut! Der ist... Oh ja, der sieht schon voll gut aus. Unmöglich! Wie dein Charakter umgekippt ist. Der Kerl, unmöglich zu killen. Alter, der hat schon wieder einen mitgerissen. Der ist echt... echt fucking gut. Der hat schon wieder einen mitgerissen. Voll von Kanada hier. Mein Team ist schlecht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, ich weiß mal, wo meine Homies bleiben. Jungs! Er darf euch gegenseitig zuschlagen. Du musst X drücken und dann drückst du Nein. Also 2. Dann kannst du mal No sagen und dann vielleicht... Überzeugt sie das ja irgendwie. Nein, sie... Wollen sie mich hauen? Auf mich zu schlagen! Ich bin mit ihrem Team. Ich bin mit dem Sieb, den wir bilden. Ich bin mit dem Sieb, den ich hab. Ich bin mit meinem Pickel ihren Freund. Ich bin mit dem Sieb und dem ganzen Löschen. Einfach... Inzert. Einfüllen. Ja, keine Ahnung. Ich finde, sie sind zu zweit. Was ist ein Inzert? Ich habe keine Ahnung. Wollen Sie das nicht? Du hast keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung. Nein, ich bin mit dem Kontakt. Ich bin mit dem Team. Hahahaha Kanada! Wurfdorx in die Trette! Na du wüsst mich nicht! Du das wüsst mich nicht! Ich muss nicht schon wieder gegen Zweikämpfe wie immer, weißt du? Ich hab auch ein W4 Folgen zu zweit! Oh, ich hab ein Niedergestreckt! Ich und mein Pikenierfreund verfolgt! Nein, er hat nicht! Oh, jetzt lacht er sich tot! Ich hab mein Freund dabei, mein Freund! Oh mein, hier ist es ein bisschen eng hier! Wo bist du? Bei einem Freund unterwegs! Ah, ich seh dich! Ich bin über dir! Guck mal nach oben, ich bin über dir! Hahahaha! Gibt die denn alle? Wir, wir noch geguckt! Ah, hier! Mach mal den Kopf nach oben, wenn du so nach oben guckst, sieht das übel lustig aus! Oh, daneben! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Der heckt sich doch das Leben durch! Ich hau ihm ständig auf den Kopf und er... Bei mir hast du gar nicht gehauen, irgendwie! Klar, ich krieg die ganze Zeit drauf, aber es scheint denen überhaupt nichts zu interessieren! Dann komm lieber in unser Team! Ich bin hinter dir! Ja, ich hab jetzt nämlich auch einen Himmel! Ich auch! Alter, was hast du bitte für ein fettes Schild auf dem Rücken! Das haben die Ambrust-Schützen immer gehofft! Echt? Wieso? Ja, ja! Ja, wegen dem langen Nachladen, da kommt einer gewoggt! Er ist hier! Hast getroffen! Wo ist er hin? Ich weiß nicht! Da! Ja, bin hier! Ist er! Ja, sieht uns glaube ich noch nicht! Okay, warte! Ich helfe dir! Hallo! Hallo! Nimm die zwei hier nach vorne! Wer ist China? Ja, helf mir doch mal hier! Mache ich doch! Ich muss reloaden! Gucken, dass er aber geschaut ist! Ist auch so! Okay, er ist tot! Wow! Da hinten, da hinten sind ein paar! Warte, warte! Da hinten ist einer! Der ist in unserem Lager! Oh my god! Hinter dir ist auch einer! Ja! Ich renne einfach unserem Freund nach! Hinter mir ist einer! Wo ist einer? Super cool! Funi! Ja! Funi! Wo bist du denn? Ich komme! Ich helf dir! Das ist aber mit uns im Team! Echt? Der ist mit uns! Ach so! Da hinten! Da hinten beim Baum ist einer! Ja! Ok! Ich sehn! Ah! Kacke! Muss reloaden! Wo ist er denn? Und hinter die Wand! Da kommt auch noch einer! Ja! Ich bin am reloaden! Bei dir ist einer! Warte! Nein! Boah! Daneben! Nein! Warte! Warte! Ah! Scheiss! Oh man! Ich hab ihn zweimal gehittet! Ich komme! Wann? Wir haben schon wieder verloren! Ja! Das liegt aber daran, dass wir zu spät gescheunen sind! Das liegt... Ich dachte, du würdest jetzt sagen, es liegt an mir! Na wegen! Wir sind dabei zu spät gescheunen! Ich hab sogar einen kill! Oh! Oh! Dann ist das jetzt hier free for all gerade! So eine Zügelrunde! Gut! Gut! Dann kann ich ja wieder den Kriegshammer nehmen! Meine Wurf-Exte! Und den Spoonie suchen! Aber ich muss noch... Aber ich muss noch... Oh! Wir kämpfen gegen Leute! Blumentopfhelmen! Und so solche... Wo ist denn das Spoonie? Spoonie! Hey! Es wär cool, wenn du... Mich... Bisschen... Ey! Ich treff nicht! Ah, jette! Oh ja! Wieder zwei gegen einen hier! Oh man! Warum gehen eigentlich immer alle auf mich? Ah! Gekillt! Oh! Mich mit seiner... Seiner Peitschigel! Oh! Der kommt leider von hinten! Oh! Ich hab grad zwei Leute abgeschnetzelt! Den Schnetzel hab ich abgeschnetzelt! Den Schnetzel hab ich abgeschnetzelt! Wo bist du denn? Ah, da hinten sind zwei die alle! Ich komme! Au! Ja! Das ist egal! Ey! Ich werd grad getrickt! Von drei Leuten gleichzeitig! Wie kann ich eigentlich mit der Kamera... Ah! Leertaste! Okay! Seh dich! Du brennst, oder? Kann das sein? Ja! Okay! Ich eile dir mal zur Hilfe! Ja! Hab ihn doch schon! Okay! Warte! Ich eile dir mal zur Hilfe! Geh weg von mir! Hilfe! Lass jetzt mal... Komm ich von hinten um den Spoonie zu helfen! Komm Spoonie! Komm! Ich... Ich schaff's nicht! Mann! Das gibt's nicht! Weißt du? Ich... Ich Schnetzel... Ewig auf die drauf! Aber irgendwie sterben wir nicht! Ah! Kaputt! Oh! Mein Kopf weggeslacht! Hahaha! Ich hab den Spoonie gekriegt! Hahaha! Da hat er in die falsche Tasse gedrückt! Ja was du denn? Ne ne! Da ist einer! Ja warte ich helf dir! Klopp ihn! Mann ich... Klopp ihn! Jetzt! Jawoll! Okay! Ich glaub wir sollten lieber zusammen kämpfen! Nein! Oh mein Kopf weg! Oh mein Kopf weg! Kopf weg ist weg! Ach scheiße! Die sind alle so gut! Ja die sind nicht! Schnellack! Eins von beiden! Verdammt! Wo bist du denn? Oh! Ich... Ich werf... Ich werf ne Axt zu dir rüber! Ich weiß nicht ob sie trifft aber ich werf sie einfach rüber! Alter wie ich den grad mitgerissen hab! Ganz zufällig! Ne Axt zu dir rüber! Ich weiß nicht ob sie trifft aber ich werf sie einfach rüber! Ich hab dich an der Wand drängen! Ist klar! Oh man! Junge! Jetzt reicht's aber langsamer! Die sollen nicht immer von hinten kommen! Mann das gibt's nicht! Ich klaufe! Boom kaputt gehauen! Boom kaputt gehauen! Boom kaputt! Oh nein! Nein! Oh nein! Oh die gehen immer zu zweit auf mich! Oh die gehen immer zu zweit auf mich! Oh nein! Oh nein! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Oh ja! Ich hab drei Leute gesehen! Mann was soll denn das? Ich krieg keinen Code! Weil die gehen immer zu zweit auf mich! Was soll ich da machen? Oh! Die einfach nur immer draufklicken! Wie so ein Bilder! Die sind einfach alle zu zweit auf mich! Oh! Okay der Modus gefällt mir jetzt nicht so doll! Jaaa! Der kennt mich! Oh! So ein Trick! Hey! Sogar so ein Scheiß Bogenschütze! Bei mir keinen Augen! Oh ja! Ich bin tot! Boah! Ah kacke! Ich hab zu früh geblockt! Okay! Wie viele Kids hab ich denn? Ich hab 8 Kids! Wo bist du denn? Oh du hast auch 8! Aber okay! Du hast 3 Tote weniger als ich! So wo bist du denn?! Hier ich bin hinter dir! Ich rette dich! Geht's doch nicht. Komm schon. Ja. Hinter dir. Ja. Ja, ich hab einen. Lass jetzt den anderen noch gehen. Nein. Komm her, du. Ja. Du bist in die Seitenstacheln rein. Meine Kamera flippt grad voll aus. Oh mein Gott. Ey, der Modus war so beschissen. Ja, mein Körper. Leute, das ist meiner. Ne, das war meiner. Leute, das sind unsere Beine. Ah nee, ey. Der Modus, der war so beschissen, ey. Der hat mir einen Kopfschuss gegeben. Oh mein Gott, wir haben das Spiel auch verloren. Ey, das ist einfach zu unüberzichtlich. Ach, egal. Ne, ne, wir schaffen das nächste Mal. Aber okay, dann an die Zuschauer, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dein Gang. Ciao.